Mit Die Passage bekommt Anno 1800 den letzten, aber auch größten DLC seines Season Passes und nach zwei eher durchwachsenen Erweiterungen scheint das jetzt ein richtig, richtig gutes Add-on zu sein, sagt zumindest mein Kollege Heiko Klinger. Hallo Heiko. Hallo Fritz. Du hast es durchgespielt, hast alles ausprobiert, was in Die Passage drin ist. Deshalb fangen wir gleich mal mit dem Teil an, nämlich was ist da drin? Genau, also anders als in den bisherigen DLCs, gesunkene Schätze und Botanika, gibt es in Die Passage eine komplett neue Region, nämlich die Arktis und mit zwei zusätzlichen neuen Bevölkerungsstufen, also vergleichbar wie mit der neuen Welt und es gibt sie in Produktionsketten, 32 neue Gebäude und 13 neue Güter und es soll vor allen Dingen auch das Endgame stärker betonen. Deswegen gibt es auch ein neues Monumentalprojekt. Man kann ein Luftschiff-Hangar bauen, in dem man dann wiederum Luftschiffe produzieren kann und es gibt auch tatsächlich eine neue Story-Kampagne und auch insgesamt 60 neue Quests, die teilweise zur Story-Kampagne gehören, teilweise aber auch davon losgelöst sind. Klingt nach einem recht großen Paket. Dieser Season Pass kostet insgesamt 25 Euro, das ist jetzt das Größte. Davon, wie ist denn der Inhalt, der da drin ist, von der Qualität? Für die Story-Kampagne selbst habe ich rund sechs Stunden gebraucht, um die durchzuspielen. Das lag aber nur daran, dass ich mit einer voll ausgebauten Inselwelt eingestiegen bin. Man kann den DLC einfach in eine laufende Endlos-Partie eben integrieren und da hatte ich im Grunde genommen schon alles. Wenn man eine neue Partie startet und dann eben die Passage quasi als zusätzliche Herausforderung integriert, dann ist man deutlich länger, also sicherlich so um die 15 Stunden damit beschäftigt, bis man, ich sag mal, die Endsequenz der Story-Kampagne sieht. Es gibt aber noch kleine Geschichten und andere Herausforderungen in der Arktis zu lösen, die einen auch noch weitaus darüber hinaus beschäftigen. Die Story selbst, die ist echt rudimentär. Also letzten Endes geht es darum, sie lehnt sich tatsächlich an der real existierenden Franklin-Expedition an, die ja versucht haben, eine Nordwest-Passage durch die Arktis zu finden und damals glorios gescheitert sind. Wer den fantastischen Roman Terror von Dan Simmons gelesen hat, der weiß ungefähr, um was es geht. Und das Coole an der Geschichte ist, also im Gegensatz auch zu gesunkenen Schätze, die ist erfrischend bodenständig. Also es geht letzten Endes nur darum, eben diese Expedition zu finden und das fügt sich sehr, sehr natürlich einfach in dieses Szenario ein und es passt einfach auch sehr gut dazu. Deswegen jetzt rein inhaltlich, es gibt wirklich nur eine Handvoll Zwischensequenzen und die passt echt auf einen Bierdeckel, wenn man sie jetzt einfach nur nacherzählen würde, die Geschichte. Aber es passt irgendwie gut rein und deswegen fand ich es im Gegensatz zu, für meinen Geschmack, doch recht aufgesetzten Geschichte zu gesunkenen Schätze, fand ich die echt gut. Wie ist denn die Arktis als neues Setting überhaupt umgesetzt? Das ist für mich tatsächlich das Highlight von die Passage, denn sie sieht wirklich wieder fantastisch aus. Das anno 1800, das schönste Aufbauspiel ist es ja, denke ich, das wissen wir, aber das nutzen sie voll aus nochmal für die Arktis. Also da haben sich die Grafiker wirklich ins Zeug gelegt und es ist nicht einfach nur, hey, wir machen jetzt mal alles in weiß, sondern es gibt unzählige kleine Details, zum Beispiel, dass die Wege, die Schneewege, die man legt, im Laufe der Zeit ein bisschen tiefer werden, je nachdem, wenn da halt auch die, sie benutzt werden oder die Produktionsketten, die neu sind, wirklich wieder detailreich animiert etwa. Du hast dann so eine Husky-Hunde-Züchtung und wenn dann die Tiere da los sind, das ist super. Oder die Walfänger, da gibt es wirklich, wirklich viel zu sehen und das macht tatsächlich echt Spaß und es ist auch spielerisch interessant, weil die neue Hauptherausforderung ist, logischerweise in der Arktis, die Wärmeversorgung. Dazu musst du zum einen Heizöfen bauen, die du wiederum mit Kohle beliefern musst, was auf diesen sehr, sehr eng begrenzten Inseln echt ein Problem ist, weil die Köhler, einfach nur Köhlerhütten hinzustellen, geht zwar, die kosten aber viel Platz. Das heißt, irgendwann bist du so an einem Punkt, wo du sagst, eigentlich wäre es schlauer, auch Kohle aus der alten Welt einfach zu importieren. Auch viele Produktionsketten richten sich nach der Ware aus, während du also in der alten Welt hast du ja quasi, hast du zum einen das, was die Leute zum Leben brauchen und dann hast du noch so Luxusgüter. Hier in der Arktis hast du auch wieder das, was die Leute zum Leben brauchen und auf der anderen Seite das, was sie brauchen, um warm zu bleiben. Und das Spannende daran ist, da geht es halt nicht nur um die Öfen, sondern es geht auch um Geschichten wie Schnaps, ja, der dir auch hilft, warm zu bleiben. Oder auch sowas, dass du halt eben Schlafsäcke herstellen musst, teilweise in der Arktis, teilweise aber auch mit Gütern aus der neuen Welt. Und das fügt sich eigentlich recht gut zusammen. Und die zweite Bevölkerungsstufe in der Arktis, die Forscher, du fängst an mit den Deckern, später steigen sie dann eben auf zu Forschern, die hätten dann auch gern schon ein paar Annehmlichkeiten aus der alten Welt, zum Beispiel eben Fleischkonserven oder auch Kaffee. Und so fügt sich das Ganze echt gut ein, auch zusammen in neue Welt und alte Welt. Wie passt das aber alles mit dem Endgame zusammen? Denn das war ja noch ein bisschen so ein Kritikpunkt. Denn wir haben gesagt, sie wollen sich mehr auch aufs Endgame konzentrieren. Machen sie das mit diesem DLC? Ja, für mich war schon auch das Endgame eine Stärke durch das Hauptspiel. Das war aber eine große Schwäche aus meiner Sicht der vorherigen DLCs. Und ich finde, sie kriegen hier den Bogen sehr, sehr elegant. Zum einen nämlich mit diesem Luftschiffhanger. Weil dieser Luftschiffhanger, das ist nicht ganz so ein herausfordernder Monumentalbau wie die Weltausstellung im Hauptspiel. Also um die letzte Stufe des Monumentalbaus im Hauptspiel abzuschließen, brauchst du allein 5000 Investoren. Was sagst du da? Das ist eine Menge Holz. Da musst du echt lange für spielen. Und diesen Monumentalbau in der Arktis kannst du im Grunde genommen schon relativ einfach in der vierten Zivilisationsstufe abschließen. Das dauert eine Weile. Es ist spannend. Es macht Spaß, diese unterschiedlichen Stufen zu durchlaufen. Vom Fundament bis zum Dach. Und das sind immer andere Herausforderungen. Und dann kriegst du halt auch eine geile Belohnung mit dem Luftschiff. Das ist das schnellste und mächtigste Transportmittel ist. Das halt super schnell ist und hat zwar nur vier Ladebuchten, aber das bereichert das gesamte Gameplay über sämtliche Welten. Das willst du einfach haben. Deswegen, ich wollte das einfach auch mehr haben als die Ausstellungen in der Weltausstellung. Das war ganz cool. Und was auch clever ist, in der Arktis gibt es quasi Annehmlichkeiten oder Boni zu gewinnen, die auch wiederum die anderen Welten bereichern. Es gibt zum Beispiel in der Arktis und auch das, da gibt es einfach die tiefsten Goldminen, die deutlich produktiver sind. Du kriegst auch dort bessere Pelze oder schneller produzierende Pelze. Deswegen lohnt es sich, in die Arktis zu investieren, um auch deine anderen Inselreiche weiter zu optimieren. Und die absolute Haupt-Endgame-Herausforderung ist tatsächlich die Gewinnung von Gas in der Arktis. Das ist deswegen spannend, weil um das überhaupt zu bekommen, brauchst du das Luftschiff, weil dieses Gas kannst du nur auf Eisplateaus gewinnen, auf denen es sonst nichts gibt. Du musst aber dort Forscher ansiedeln, die du wiederum mit Ressourcen versorgen musst, was echt ein Aufriss ist. Warum soll man den Quatsch machen? Mit diesem Gas kannst du in der alten Welt wiederum Gaskraftwerke betreiben, für die du dann kein Öl mehr benötigst und entsprechend auch keine Eisenbahnlinien bauen musst, was auch da deine komplette Infrastruktur komplett auf links dreht und du kannst echt viel optimieren. Und das ist tatsächlich richtig cool, was dich über Dutzende Stunden beschäftigen kann. Also ich höre da schon sehr, sehr viel Begeisterung für diesen letzten DRC heraus. Jetzt ist nur die Frage, ich habe es vorhin schon gesagt, 25 Euro kostet der Season Pass, einzeln kostet das Ding 15 Euro. Was sollte man sich kaufen, den Season Pass oder einfach nur diese Erweiterung? Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was man von Anno 1800 erwartet. Ich würde sagen, für den Durchschnitts-Anno-Spieler, der jetzt sagt, okay, ich will so eine richtig coole Endlos-Partie einfach spielen, da reicht eigentlich die Passage für 15 Euro. Weil dieser DRC sich am besten in eine Endlos-Partie integriert und weil du dann auch einfach eine sehr gut ausbalancierte Mischung hast aus drei funktional unterschiedlichen Welten mit Alter Welt, Neue Welt und eben Arktis, die auch sehr gut miteinander interagieren. Deswegen reichen da eigentlich die 15 Euro. Dennoch für jemanden, der sagt, alles klar, ich will alles aus Anno rausholen, ist es für mich jetzt ein okayer Deal, ehrlich gesagt. Weil 13 Euro für gesundene Schätze kostet das separat und 8 Euro für Botanica habe ich separat als zu viel empfunden. Wenn man jetzt sagt, okay, die 15 Euro für die Passage finde ich absolut angemessen. Ich hätte auch 20 Euro noch für angemessen gefunden. Und entsprechend sind es eigentlich ja dann nur noch 10 Euro beziehungsweise 5 Euro, je nachdem, wie man rechnet, auf Preis für die anderen DRCs, die jetzt halt nicht ganz so super sind, aber die halt einfach noch mehr von Anno liefern. Und das ist dann auch wieder zumindest in Ordnung. Zumindest in Ordnung für den Season Pass das Fazit und sehr, sehr in Ordnung das Fazit zu die Passage. Ubisoft hat es also am Ende rausgerissen, kann man so sagen. Jetzt ist die spannende Frage, wie es nächstes Jahr mit Jahr 2 weitergeht. Genaue Infos wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass Sie es weiter unterstützen wollen. Schauen wir mal, was da weiter passiert. Das waren jetzt erstmal die Inhalte aus Season Pass Nummer 1 vielleicht von Anno 1800. Heiko, vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank für's Zuschauen. Schreibt gerne auch eure Erfahrungen mit dem DLC, sobald er dann verfügbar ist, in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, wie es 2020 mit Anno 1800 weitergeht. Bis dann. Tschüss.